Hallo meine Lieben und ganz herzlich Willkommen bei Deutsch mit Martin. Vermeidet mal bitte diese Fehler, das sehe ich immer wieder. Ich danke Sie. Vielen Danke. Wir reden heute mal über das Verb danken. Wir reden über der Dank, das Nomen. Und wir reden über dieses kleine Danke. Der Dank ist ein Nomen. Ich sage also zum Beispiel vielen Dank. So ist das also richtig. Dann gibt es dieses kleine Danke. Für die Experten, das nennt man Partikel. Normalerweise schreibt man dieses kleine Danke klein. Zum Beispiel in diesem Satz. Nein, danke, ich möchte nichts mehr. Man kann dieses Danke aber auch großschreiben, wenn man es kombiniert mit sagen, Danke sagen oder mit Dankeschön. Dann gibt es noch das Verb danken und das ist mit dem Dativ. Ich danke dir. Ich danke Ihnen. Und es gibt auch noch das Verb sich bedanken mit der Präposition bei. Als Beispiel. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ihr habt also vier Möglichkeiten, wie ihr euch bedanken könnt. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Ich danke dir. Ich danke Ihnen. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich bei Ihnen. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr immer so fleißig kommentiert. Ich bedanke mich für die Glückwünsche zu meinem Geburtstag. Ich bedanke mich bei euch für alles und bis zum nächsten Video bei Deutsch mit Martin. Tschüss.